Wenn sie umgeht Ja Hab ich das Ding auf 60 FPS gelockt? Video Jetzt mal eine Framerate 144 Aber das Game scheint bei 60 FPS zu sein Ja Ähm Nur kurz zum Info-Video hier heute Ähm Mein PC ist gestern als ich aufnehmen wollte Einfach mal dank einer Windows-Software Was ich noch rechtzeitig gemacht habe Mit einem Double-Blue-Screen-of-Death In den Pausen-Modus gegangen Heißt also ich hab dann Drei Stunden Vier Stunden damit verbracht Das Ding zu reparieren Und naja Ich lasse den Shit mal nicht auf Und warte bis der aufgeladen hat Obwohl ich hinterher komme So So Belastend, wenn das Team nicht mitkommt Wollt Wollt du meine Beinspiegel? Wollt du meine Beinspiegel? Es sei denn Ich schaffe es morgen noch irgendwie Äh heute Jetzt schon Oh mein Gott Leute Wieso können die so weit vorpuschen Wieso können die so weit vorpuschen? Du hast keine Power mehr Danke Ja Na verdammt Samba ist weg So Okay Uriza hat schon richtig gefressen Verdammt Ich hasse es wenn Teams dem Tank nicht folgen Weil der Tank ist halt Der der entscheidet wann gepusht wird und wann nicht Der Rest von euch Hätte ich hinter dem Tank Auch wenn der Tank pusht müsst ihr mitkommen Weil Naja Also funktioniert das schon prinzipiell Wohh 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 Das ist belastend Ich kann nichts tun Leistung verstärkt Reif Wohh 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 Wir haben doch keine andere Chance Außer zu pushen Dann wohh 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 Wohhhhh Wohh geben ist übrigens frank nach was wir hier spielen ich weiß nicht wieso das ding sich bei 60 fps 1 ich habe keine ahnung das ist das es kommt so vor als hätte es den gelockt auf 60 fps ich bin kein anti-bastion hält leider das ist warum haben wir kein bastion in der situation und warum fühlt sich meine 60 fps an wie 40 der sollte 144 haben als erstes doppelte 1 jetzt 1 loll ja ist jod Gehackt. Ja, nice. Alter, wieso bin ich der Einzige, der da oben ist? Es ist so schlimm, Teamplay, ey. Ich kann Overwatch echt nur in Gruppenspielen, aber ich kenne halt kaum jemanden, der das mit macht. Abgesehen davon, dass ich selbst quasi kaum Zeit dafür habe. So. Die einzigen Leute, die ich kenne, sind halt irgendwie sick. Und die Leute von seinem Server. Und ich stehe wieder alleine gegen ein ganzes Kegner-Team gefühlt. Weil immer mein Schild drastisch Schaden kriegt. Das Zeichen dafür, dass man nicht so scheiße gerade hat. Aber eigentlich sollte ich so hardcore aufbannern, dass das... Geil. Ich müsste doch irgendwie somber kommen, Jungs. Ich kann doch nichts machen, wenn ich gehackt bin. Ich bin wirklich, ach, gar nichts. Ey, das ist somber, gibt mir sowas von auch Kegs. Oh Gott, Winston ist weg? Und das ist der einzige, mit dem man bei diesen großen Gruppen mal einigermaßen Damage rausballern kann als Tank. Weil, naja, was tanken müssen wir da nicht mehr. Müssen halt nur noch wegdamagen. Wie wenig Damage hat der Typ bitte gefressen. Ich meine, er wurde geheilt, okay, aber trotzdem. Ein Hammerschlag sollte doch mehr als außerhalb von Schaden machen. Und wir haben verloren. Belastend. Die anderen fahren wieder nicht gut. Mein Team war einfach nur scheiße. Ja. Wir sehen uns wieder in einer nächsten Runde. So viel, ich kann es euch nicht zeigen. Das ist ja traurig. Oh mein Gott. Ja, ähm, dass das Highlight of the Game war, zeigt einfach nur mal, wie da, boah, das ist einfach, das ist ein Teamspiel und die Teamkommunikationen sind ziemlich scheiße. Weil man muss entweder miteinander reden, worauf ich echt keinen Bock habe. Und da ja die Emote-Auswahl ist, ist halt, Gegner markieren fehlt. Und sowas wie, greift an, sowas wie die General-Commands. Ja, ich bin übrigens nicht gut mit Genji. Aber... Das ist der einzige, äh, einer der wenigen Charaktere, wovon ich einen sehr coolen Skin habe. Ja, deswegen spiele ich mal mit Genji. Drei, zwei, eins, andere beginnt. Ich habe den Feind gefunden. Vont raus und stellt euch! Ah! 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 Verdammt, da war ein Bastion. Ah, belastend. Belastend. Bestion in Kombination mit einem Reinhard und einer Orisa, auch unglaublich gefährlich. Besonders in Kombination mit einer Orisa. Ich stelle einfach hier ein Schild vor, Bestion auf und schon ist der Typ quasi an der Pidre. Und ich hab grad meine Ego gewastet. Ich hab grad meine Ego gewastet. Sonst hätte ich bei Schnelles geklatscht. Belastend. Aber ich hab schon schlechtere Genji-Runden. Oh mein Gott, ich hab zwei Goldmitteilchen mit drei Kills. Einfach ne Goldmedaille bei Kills. Ja. Belastend. Das wollte ich nicht sehen, wie die enemy mich mit Luck gekillt hat. Genji hat leider ein bisschen sehr hohe Cooldowns. Auf den ich keine. Das bin ich aber nicht gewöhnt. Ja. Ohne meine E. Haben wir ne Mercy? Wir haben keine Mercy. Wieso haben wir keine Mercy? Wir haben einfach nur ne Anna als Healer. Oh mein Gott, kein Wunder, dass wir so verkacken. Hä? Was? Wieso lebt der Typ noch? Ich hab doch voll mit meinem Dash erwischt. Und der hatte kaum noch Leben. Bei mir läuft's gerade. Also geht's mir besser aus dem Löffel. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Wo Der Punkt gehört mir. Hat die auch lang genug gedacht leider. Ja. Wieso hatte der Reinhardt auf einmal so viel Leben? Hä? Wovon wurde gehealt? Der Reinhardt wurde... Hä? Auch im Reitlevel? Hä? Belastet, ich werde damit den Reinhardt ausschalten. Maximal belastend. Naja, nein. Ich habe noch auf meine E gedrückt. Die Fahrt ist auf dem Weg. Erstaunlich, dass ich eine 45er Siegerin habe. Ist mit meiner Internetleitung schon... Schon erstaunlich. Liegt vielleicht daran, dass ich keinen Low Latency Mode habe in den Einstellungen, sondern halt schöne Grafik, aber... Oh mein Gott, die Anna hat mich einfach... ... 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 durch die decke geschossen und das war ganz komisch wer hat geholfen aus meinem team das war's also ja machen wir jetzt verlassen highlights ich hab sogar ich hab mal rein ich hab ein highlight bei dorado gerade ich hab da doch einen kill gemacht oder so scharfschöpfe oh mein gott ach ja der rando kill einfach der rando kill maximal belastend ich hab noch ein paar highlights die kann ich euch zeigen stimmt hier genji highlight da habe ich ein paar kids oh mein gott ja da habe ich gerade noch rechtzeitig realisiert dass ich da ähm mit der linken maustaste eigentlich mit der linken mit der rechten maustaste angreifen sollte haben wir abgespeichert hier einmal einen oh es war sogar highlight des spiels zeigt euch einfach mal wo ich jetzt wieder nochmal ein spiel machen oh mein gott das war auch gegen ki ok come on naja das ist ja easy gewesen das ist ja easy gewesen ok dann äh highlight des spiels das ist ja als rebar von denen ich kein kunstgen habe ich glaube man das war schwerer kann ok war auch cool ja dann oh noch ein highlight des spiels das ist sehr gut oh mein gott ich habe einfach beinahe das ganze team gewiped damit lulls ja egal damit würde ich sagen das war's mit diesem kleinen kurzen video ich hoffe es hat euch gefallen lasst eine bewertung da möge die mag mit euch sein und tschüss